Hallo, mein Name ist Camero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem 1. FC Köln. Ja, wir haben heute das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Wir gucken schnell auf die Tabelle. Wir sind aktuell auf dem sechsten Platz mit 37 Punkten. Haben auf jeden Fall Chancen, uns noch ein bisschen weiter nach oben zu arbeiten in die Champions League-Ringe, während Stuttgart auf dem elften Platz verweilt mit 27 Punkten. Ich würde nicht sagen, dass sie irgendwie Abstiegsnöte haben, aber ja, der Blick kann gerne schon mal runtergehen in Richtung Abstiegsränge. Das sind immerhin nur fünf Punkte bis zum Relegationsplatz. Da kann man relativ schnell dann irgendwie abrutschen, wenn es richtig, richtig scheiße läuft. Ebenfalls übrigens auch für Schalke 04, die auf dem zwölften Platz sind. Also auch keine besonders gute Saison für Schalke 04. Interessante Geschichte. Ja, mit welcher Mannschaft werden wir heute antreten gegen den VfB? Okay, wahrscheinlich mit der B-Elf. Wenn ich mir so die A-Elf anschaue, das geht sogar eigentlich noch, ne? Wir hatten ein hartes Match gegen Manchester City zuletzt. Ach Gott, also die Jungs sind nicht hundertprozentig fit, aber auch, ja, unsere B-Elf ist jetzt nicht wirklich von Ausdauer und Fitness geprägt. Naja, aber ich würde aber trotzdem sagen, dass wir eher die B-Elfen nutzen, damit sich die Stammelf dann erstmal ein bisschen abkühlen kann von diesem harten, harten Match gegen Manchester City. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Danach spielen wir dann irgendwann gegen Bayer 04 Leverkusen in sieben Wochen, sag ich schon, in sieben Tagen. Und dann ist erstmal, ja, ein bisschen Pause. Wahrscheinlich Länderspielpause, bis es dann wieder richtig rund geht. Hamburg, Hannover, Schalke, alles in einer Woche. Und dann kommt Hoffenheim, Freiburg und dann sogar noch die Bayern. Ja, das werden auf jeden Fall noch härtere Wochen, die wir vor uns haben. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Dann hätten wir wirklich die Chance, nochmal ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Champions-League-Plätze, das wäre auf jeden Fall noch das große Ziel in dieser Saison. Dann wäre ich auch schon relativ glücklich. Gucken wir mal, wie es denn so läuft. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins Spiel gegen den VfB Stuttgart. Bis gleich. Herzlich willkommen in Köln. Herzlich willkommen im Rhein-Energie-Stadion zum Bundesligaspiel. Der erste FC Köln gegen VfB Stuttgart. Ja, so langsam kommen wir in die heiße Phase. Wir sind am 23. Spieltag, 24. Spieltag, ich weiß nicht ganz genau. Es sind nur noch ein paar Spiele zu spielen bis zum Saisonfinale. Und ja, wir müssen uns eine Basis erbauen und aufbauen, dass wir eventuell in die Champions League wieder einrücken können und uns dafür qualifizieren. Das wäre doch schade, dass wir dieses Jahr ein Überraschungsteam der Champions League sind. Manchester City rauswerfen und dann nächstes Jahr nicht dabei werden. Das wäre richtig, richtig schade. Hier sehen wir die Tabelle. Sechster Platz. Erste FC Köln ist der 24. Spieltag übrigens. Wenn wir heute gewinnen, dann hätten wir weiterhin die Möglichkeit, weiter nach oben zu rücken. Und das soll natürlich das Ziel sein. Dann Stuttgart hingegen. Ja, die sind im sicheren Mittelfeld der Aufsteiger. Ich glaube, im Vorfeld ein sicheres Mittelfeld. Ich glaube, da können sie auf jeden Fall mit zufrieden sein. Und hier ist erstmal unsere Startelf mit Timo Horn. Durm kämpft zu Jünsch und Risse. Höger Öttschern bitten Kurt Ossak, Hölstunadi und Marc Uth. Ja, ich denke mal, das ist ein Team, was sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Wir haben die Transfers in dieser Saison so getätigt, dass es eine möglichst homogene Mannschaft ist, dass die erste Mannschaft ähnlich stark ist wie die zweite Mannschaft, sodass wir immer ganz munter rotieren und wechseln können. Und ich denke, das ist uns gelungen. Natürlich hat die erste Mannschaft immer noch einen Vorteil, aber ich denke, der ist wirklich minimal. Hier ist Stuttgart mit Lengerek im Tor in Suas, Sunjic, Pavard, Ökowski, Großkreuzkentner, Hosegay, Maxim, Mané und vorne Ginczek. Also auch ein ziemlich gutes Team. Das Team von Stuttgart ist relativ gleich geblieben, würde ich fast behaupten, im Vergleich zur letzten Saison bzw. zur letzten Bundesligasaison. Also sind alles Bundesligaspieler, ganz klare Sache. Und da haben wir auf jeden Fall ein gutes Team zusammen, die Stuttgarter. Mal gucken, wie es dann letztendlich so weiterläuft. Wir werden auf jeden Fall Anstoß haben hier ins Spiel und los geht's. Es regnet hier in Strömen, aber das soll uns nicht aufhalten. Wir müssen kämpfen, wir müssen um die Champions League kämpfen. Und ich denke mal, wir haben gute Chancen. Wir müssen uns einfach nur konzentrieren und dann könnte das auf jeden Fall noch funktionieren. Es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen. Der Rückstand ist nicht sonderlich groß. Aber auch da muss zum Beispiel Stuttgart aufpassen. Die sind zwar aktuell im sicheren Mittelfeld, aber es sind auch nur noch fünf Punkte bis zum Relegationsplatz. Also auch Stuttgart wird wahrscheinlich heute gewinnen wollen und das Spiel nicht abschenken. Das wäre ja brutal. So, das war gut von Osako. Gut den Ball geholt. Jetzt kann es mal richtig gut werden und richtig schnell werden. Und der war gut eigentlich, aber Olkowski hat das erahnt. Ja klar. Er hat ja lange Zeit mit diesen Spielern von uns mitgespielt, der Ex-Kölner. Da kann man natürlich wissen, wie die Laufwege so sind. Und das hat er natürlich richtig gut erahnt. Das wäre auf jeden Fall ein richtig gefährlicher Spielzug geworden. Osako verliert leider den Ball. Schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und Olkowski, guter Ball. Oh, Mané. Und Kempf sichert sich die Pille. Gut gemacht. Tja, was man von diesem Spiel erwarten kann, das ist halt so die Frage. Ich denke mal, ein kämpferisches Stuttgart, die aber auch technisch gut sind. Gegen, ja, uns als, auch beides eher gesagt. Wir sind aber, glaube ich, technisch stärker als kämpferisch. Aber wir können auch beides. Das ist eigentlich ein Vorteil. Und das hat uns eigentlich in der letzten Saison die Champions-League-Qualifikationen gebracht. Dieses Jahr wollten wir eigentlich die Vizemeisterschaft erreichen. Aber das Ziel ist dann vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen gewesen. Wir mussten auch erstmal mit der Doppel- und Dreifachbelastung umgehen können. Ja, das war eigentlich ein schöner Ball. Gute Idee. Ja, wir kämpfen. Wir versuchen alles, irgendwie den Ball zu kriegen. Auch Stuttgart hat ein ziemlich hohes Pressing. Geht auch sofort auf den Mann. Und das war richtig gut. Und, ah, Osako. Ja, den trifft er nicht sauber. Wollte den direkt weiterspielen. Und dann haut er den einfach so weg. Tja, so kann es natürlich auch gehen. 20 Minuten sind gespielt. Richtig viel ist in der Partie bisher noch nicht passiert. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. Stuttgart kämpft und kämpft und kämpft. Aber so richtige Torraumszenen und Torschüsse, Torchancen sind bisher noch nicht da gewesen. Aber ich denke, auch das werden wir noch erwarten können hier im ganzen Spiel. Die Messe ist hier noch nicht gelesen und die Mannschaften sind eigentlich relativ fit. Und ich bin auch gespannt, wie die Fitness so reicht von unseren Jungs. Vor allem, wenn es ein anstrengendes Spiel wird gegen eine Mannschaft wie... Oh, wieder so ein guter Ball. Und Sunic, da stand er genau richtig. Das sollte ein Flügelwechsel werden. Der sah ganz gut aus eigentlich. Ich dachte, der geht durch. Aber Sunic hat das ganz hervorragend gemacht. Lässt den Ball noch nicht mal abprallen. Das ist schon gar nicht so schlecht gewesen. Und jetzt der Konter vielleicht für den 1. FC Köln über Uth. Also die Flügelwechsel haben bisher noch nicht viel gebracht. Osako. Gut gespielt. Wieder Osako. Der verliert aber diesmal den Ball an Hosogay. Und jetzt geht es wieder ab. Jetzt geht es wieder auf die andere Seite. Aber ja, Stuttgart versucht eher einen ruhigen Spielaufbau zu forcieren. Über Maxim, über Hosogay. Und ja, gut gekämpft hier. Das ist Dunali. Sehr schön weitergeleitet. Osako. Jetzt kann es mal schnell gehen. Oh nein! Und Pavard. Sehr gut aufgepasst von Pavard. Das war ja hervorragend. Das hätte eine Riesenchance werden können. Gut freigelaufen von Marc Uther an der Stelle. Und dann hält Pavard den Fuß dahin und blockt den Ball. Das ist ja richtig nervig. Und jetzt Durm mit dem Schoß. Und das sah ganz gut aus. Das sah ganz gut aus. Gute Möglichkeit für den 1. FC Köln. Und ich würde sagen, das ist die erste große Möglichkeit im ganzen Spiel gewesen für beide Mannschaften. Und Osako. Er kämpft sich wieder den Ball. Schön weitergeleitet auf Uth. Und Osako. Gut gekämpft. Osako muss es jetzt machen. Er macht es. Yuya Osako mit dem 1 zu 0. Für den 1. FC Köln. Ja. Dicker Patzer in der Verteidigung von Stuttgart. Das geht. Das kann man so nicht bringen. Und Yuya Osako geistesgegenwärtig. Sieht er da die Chance, den Ball zu kriegen und frei aufs Tor zu laufen. Und das macht er auch. Lengerich keine Chance. Ab ins Eck mit dem Ball. 1 zu 0. Für den 1. FC Köln. Und ich denke, unterm Strich ist das in Ordnung. Wir waren spielerisch, glaube ich, ein Stück besser. Ich glaube, Stuttgart hat mehr Ballbesitz. Ja. Aber ich glaube, wir haben mehr Zug zum Tor gehabt. Zu der Offensive. Oh. Kämpf. Da müssen die Jungs aufpassen. Das sah gefährlich aus. Auch das von Höger eben. Gut. Schön gesehen auf Risse. Risse muss jetzt noch weiterlegen. Auf Östunadi. Östunadi. Muss sich da durchsetzen. Das hat er gut gemacht. Östunadi. Setzt sich immer noch durch. Östunadi. Jetzt muss jemand da mal kommen. Und da kommt auch Osako. Aber der ist halt nicht so extrem kopfballstark. Yuya Osako, der Japaner. Mit dem Kopf. Ach Gott. Na ja, also, na ja. Eine gute Chance war es allemal. Osako. Also Osako zeigt sich im Moment ziemlich gut. Von einer ziemlich guten Seite. Marc Uth. Schön aufgelegt auf Bittencourt. Der schießt. Aber Pavard ist wieder da. Um den Ball zu blocken. Gut gemacht vom Verteidiger. Und die nächste Ecke für den 1. FC Köln. Bittencourt versucht rein zu flanken. Aber das sah, na ja. Das ist viel zu nah an Lengereck dran gewesen. Drei Minuten in der Nachspielzeit. Der ersten Halbzeit. Und die sind jetzt auch vorbei. Die erste Halbzeit ist vorbei. 1 zu 0. Führen wir an dieser Stelle. Ich denke mal, das ist unterm Strich okay. Stuttgart hat ziemlich stark gespielt. Kriegt aber relativ wenig Chancen dabei heraus. Ich denke mal, das geht vollkommen in Ordnung. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Chancen mehr als Stuttgart. Wir können auch mal ganz kurz auf die Spielinfo gucken. Ja, 5 Schüsse, 2 aufs Tor. Stuttgart, derer 0. 0 Chancen für Stuttgart. Das wird sich aber, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit ändern. Also wir brauchen uns jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wir müssen weiter kämpfen. Wir müssen weiter Gas geben. Andernfalls wird das hier noch eine ganz enge Geschichte. Aber bisher sieht das Spiel und der Spielverlauf ganz ordentlich aus. Und das war sehr stark gemacht. Aber den Ball muss man dann sicherer weiterkriegen. Osogay. Osogay auch sehr auffällig. Und das war ein guter Ball auf Mané. Mané gegen Durm. Hervorragend gemacht von Durm. Hervorragend. Und jetzt vielleicht der Konter für den 1. FC Köln über Höger. Über Bittencourt. Über den schnellen Bittencourt. Schön weitergelegt. Gut. Weitergelegt auf Osako. Osako. Weiter auf Bittencourt wieder. Aber ach, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Schade. Aber immerhin haben wir die Stuttgarter hinten gebunden. Und die können nicht viel ausrichten. Und das war ein guter Ball auf Uth. Uth versucht den Schuss. Und der war richtig stark. Der war richtig stark. Legereck. Gut gehalten. Er nimmt den Ball komisch an. Und dann versucht er den Fehler auszunutzen, indem er den Ball Volley nimmt. Richtig guter Schuss. So, Daniel Ginczek geht raus. Nikolaus Castillo kommt rein für den Stürmer. Also neuer Stürmer im Spiel. Und ja, das sah auch gar nicht so schlecht aus. Die Möglichkeit uns zu Jünschü. Ja, mit dem Schuss. Ja, da zeigt er, dass er ein Verteidiger ist. Und kein wirklicher Offensivkünstler. Der Schuss war Banane. Der war nicht so wirklich. Da wird gepfiffen. Da hat scheinbar irgendwer Wolkowski weggeschubst. Und, oh. Das ist ärgerlich, so zu verteidigen. Uhu. Durm. Sehr schön gemacht. Und zu Jünschü. Legt weiter. Aber weiterhin Stuttgart. Nein, Estonali kämpft. Gentner. Schön auf Hosogay. Der hat jetzt richtig viel Platz. Der hat viel zu viel Platz. Da kommt keiner richtig ran. Mané. Mané. Mané setzt sich da durch. Wolkowski mit dem Schuss. Aber das ist halt. Ja, das ist halt. Das ist halt. Und Wolkowski ist halt Verteidiger. Also wäre dann Stürmer gestanden, dann hätten wir richtig Probleme gehabt. Der hätte den definitiv reingemacht. Definitiv. Bildtenkurt. Sehr schön weitergelegt auf Uth. Uth weiter auf Utschan. Ah, das ist schwierig hier durchzukommen. Bittenkurt. Ja, da wird er gefoult von Olkowski. Ja, Olkowski ist sehr motiviert. Muss man sagen. Olkowski sehr motiviert. Versucht sehr, sehr viel hinzukriegen. Aber es ist auch ein bisschen übermotiviert, wenn man das so sagen darf. Geht da voll rein. Naja. Kann man auf jeden Fall pfeifen. Und Osako. Das war sehr stark. Bittenkurt mit dem Schuss. Und das ist nicht das Tor. Gute Möglichkeit für den 1. FC Köln. Ja, da versucht es Risse mal nicht drauf zu hämmern aus der Position, sondern einfach zu passen. Und das sah sehr gut aus. Lengerek war überrascht. Das hat man an seinem Ausdruck gesehen. Aber Bittenkurt, ja, überrascht mit dem schlechten Schuss. Auch da hätte man in der Situation was Besseres hinkriegen können. Kämpf, sehr schön gemacht. Und Castillo. Gentner. Mané. Mané. Ah, Durm. Das war ganz hervorragend gelöst. Und wieder der Angriff für den 1. FC Köln. Diesmal über Osako. Osako gut weitergelegt. Auf Estonali. Der auf Bittenkurt. Bittenkurt ist komplett frei. Richtig schöner Spielzug. Leo Bittenkurt mit dem 2 zu 0. Da hat er doch seinen Treffer. Und diesmal hat er es deutlich besser gemacht als ein paar Minuten zuvor. Richtig, richtig geiles Tor. Und auch schön gesehen. Schön gesehen, dass Bittenkurt da super frei ist. Den haben sie komplett aus den Augen verloren. Der hätte eigentlich Olkowski sein müssen bei Bittenkurt. War er nicht. Und das ist das 2 zu 0. Und ich denke, das geht auch in Ordnung jetzt. Und wir müssen definitiv wechseln. Und das sehen wir jetzt hier schon. Ei, ei, ei. 4 sind komplett tot. Einer toter als der andere. Ich denke mal, dass wir Estonali definitiv rausnehmen. Dafür kommt Younes. Younes kommt dann auf links. Und Bittenkurt rechts. Uth muss definitiv raus. Dafür lassen wir mal Mounier wieder spielen. Und ja, jetzt ist die Frage. Ötchan oder Osako? Ich denke, dass wir Sané reinnehmen für Ötchan. Osako muss jetzt einfach überleben. Er muss einfach überleben. Auch wenn er eine wichtige Stütze natürlich im Team ist. Auch auf der Position ZON, das ist nicht zu verachten. Da muss er schon viel rennen. Aber was sollen wir jetzt groß machen? Wir können nicht viermal wechseln. Wir sind hier nicht im Pokal. Und wir sind nicht in der Verlängerung des Pokals, dass wir jetzt hier viermal wechseln können. Tja, das ist ärgerlich. Aber so ist das Leben halt. Und ich denke auch, Stuttgart hat natürlich damit zu kämpfen. Das war sehr stark von Younes. Younes hat das richtig gut gemacht. Osako, ja. Das war dann eher richtig schlecht. Und Sané. Boah, stark von Sané. Also, unsere neuen Jungs, die zeigen schon mal, was sie drauf haben. Außer Munier jetzt. Das hätte auch besser gelöst werden können. Und Maxim setzt sich da durch. Und gut geblockt. Und der nächste Angriff für den 1. FC Köln. Sané, schlechter Ball. Osako ist total platt. Der kriegt gar nichts mehr geschissen hier. Und Stuttgart wird stärker. Gentner mit der Möglichkeit, den Ball irgendwie reinzukriegen. Und nicht gepfiffen. Nicht gepfiffen. Und das war sehr stark von Osako. Osako auf Munier. Munier, was macht er mit dem Ball? Munier, setzt er sich da durch? Ja, er setzt sich durch. Er setzt sich tatsächlich durch. Jetzt die Flanke. Die Flanke kommt gut. Und Sané nimmt Junis den Ball weg. Was ist denn mit ihm los? Junis war gerade dabei, den Ball irgendwie kontrolliert zu kriegen. Und dann läuft Sané da rein. Schnappt sich die Pille. Und dann ist der Ball zu nah am Torwart. Ja, das ist natürlich richtig doof gelaufen. Wir machen jetzt die Ecke. Über Risse. Lengerek. Zubiunschi schön auf Risse wieder zurück. Aber Risse verliert den Ball. Ja, so schlecht dabei. Pavard hat da seine Füße wieder dran. Und der nächste Angriff für Stuttgart. Jean Zimmer. Schön rüber. Auf. Castillo. Gut gemacht. Grigic. Gut weitergeleitet. Und in Sua. Oh. Also das hätte auch besser laufen können. Oh, schlechter Ball von Timo Horn. Das war ein richtig dicker Patzer. Aber den hat er richtig gut wieder geholt. Oder habe ich nicht aufgepasst, dass da einer stand? Ja, 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 ja. Also das hätte richtig in die Hose gehen können. Oh, das ist ein starker Ball. Auf Bittencourt. Jetzt der Konter für den 1. FC Köln. Osako. Gut auf Meunier. Meunier kann es jetzt richtig sicher machen. Und er macht es sicher. Steve Meunier. Nächstes Tor für den Neuzugang vom 1. FC Köln. Gut weitergeleitet auf den jungen Mann. Und dreht das Ding. 3 zu 0. Und damit ist die Messe auf jeden Fall gelesen. Damit haben wir den Sieg hier in der Tasche. Und auch die Neuen haben überzeugt. Die Einwechslung haben definitiv überzeugt. Steve Meunier hat nochmal ein bisschen frischen Wind reingebracht. Auch Younes hat gekämpft. Zweites Saisontor in der Bundesliga für Steve Meunier. Und damit 3 zu 0. Ich denke mal, das ist ein ganz, ganz sicheres Ergebnis. Ein ganz hervorragendes Ergebnis für den 1. FC Köln. Auf dem Weg nach oben. Sehr stark von Höger. Aber Pavard. Also Pavard ist echt eine Wucht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der macht das ziemlich gut. Zu Jönschi. Gefährlich, wie er den Ball da annimmt. Aber das war es. Das war es. Das Spiel ist vorbei. 3 zu 0. Gewinnt der 1. FC Köln gegen Stuttgart. Am Ende wird es dann doch ein ziemlich, 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 ziemlich deutliches Ergebnis. Was man vielleicht am Anfang und vielleicht sogar in der ersten Halbzeit nicht hätte erwarten können. Deutlicher als gedacht. Definitiv das Ergebnis. 3 zu 0. Mit den Toren von Osako. Bittencourt und Steve Mounier. Also richtig, richtig gutes Spiel. Auch die Neuen haben überzeugt. Alles in Ordnung. Also ich bin absolut glücklich. Absolut zufrieden. Stuttgart hatte kaum Chancen. Das ist eigentlich so das Positivste vom ganzen Spiel. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen weiter nach oben kommen. Ich sehe schon, Wolfsburg hat verloren gegen Bremen. Das könnte ein Vorteil für uns natürlich sein. Aber das müssen wir erstmal abwarten, was da noch großartiges passiert. Gucken wir mal ganz kurz, wie die Tabelle aussieht. Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt den Sprung auf den vierten Platz geschafft. Allerdings muss Bayer 04 Leverkusen noch spielen. Das heißt, die können uns noch überholen. Aber immerhin, der fünfte Platz und nur noch zwei Punkte dran quasi, wenn Bayer 04 Leverkusen gewinnt. Das ist doch schon mal gut. Also ich finde das ganz hervorragend. So, wir werden auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen trainieren. Gerhard, Gerasi, Mounier. Das ist alles in Ordnung. Soyuncu könnte rausgenommen werden. Da gibt es bestimmt andere, die vielleicht näher an der Steigerung sind. Merino vielleicht. Bittencourt. Diesmal machen wir mal Bittencourt. Und gucken mal, was er so machen kann. Ballbesitz halten. Elrondo. Pesse beherrschen kann er machen. Dann machen wir Pesse beherrschen bei ihm. Und dann gucken wir mal, ob sich irgendwer entwickelt hat. Ob sich irgendwer gepusht hat. Ich hoffe mal. Mounier hat sich gepusht. Tatsächlich. Mounier auf die 73. Ja, er ist bisher ein ganz hervorragender Spieler gewesen. Hat sich auf jeden Fall bewiesen bisher. Auch wenn ich ihn jetzt noch nicht in die Stammelf packen würde. Aber trotzdem so als Einwechslung. Ist er auf jeden Fall eine gute Wahl. Besser in meinen Augen als Zero Gerasi. Gerasi ist, glaube ich, eher so ein Typ, den man vielleicht dann von Anfang an spielen lassen sollte. Und nicht als Joker so gedacht ist. So, wir werden aber erstmal die Pressekonferenz machen für das Derby gegen Bayern und für Leverkusen. Wir werden uns jetzt erstmal loben. Wir haben zuletzt ganz gut gespielt. Und wir gucken uns mal auch die für das Nationalteam abgestellten Spieler an. Für Deutschland. Plattenhardt, Bittenkurt und Marc Uth. Das ist doch schon mal ganz hervorragend. Wimmer für Österreich. Zu Jünsche für Türkei. Brathwaite für Dänemark. Sehr schön. Champions Cup. Okay, 5,5 Millionen. Geänderter Spieltermin. Alles klar. Okidoki. Also, gucken wir mal ganz kurz nochmal auf die Champions League. Marc-Oliver Kempf. Sag Danke, Chef. Okay, das ist auch schön. So, gucken wir mal. Wir spielen gegen Tottenham in der Champions League. Das ist doch mal nett. Tottenham in der Champions League. Wir gucken uns auch mal ganz kurz die anderen Spiele an. Wenn wir schon gegen Tottenham spielen, dann möchte ich auch mal das Tableau sehen, gegen wen wir sonst noch hätten spielen können, beziehungsweise wie die anderen Partien so verlaufen. Das ist doch mal hochinteressant. Also, Tottenham ist sogar ein Gegner, den man vielleicht bezwingen könnte. Wenn wir schon Manchester City schlagen, dann ist Tottenham auf jeden Fall ein guter Kandidat. Oh, die Bayern haben gegen Barcelona gewonnen, tatsächlich. Rom hat gegen Gladbach gewonnen. Tottenham hat Atletico bezwungen. Und wir sind dementsprechend im Viertelfinale. Wir spielen gegen Tottenham. Bayern München gegen Rom. Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand und Juventus Turin gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat Lyon geschlagen mit 4 zu 2. Also, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also, wir können gegen Tottenham beweisen, was wir drauf haben. Und vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommen. Das ist doch ziemlich, ziemlich geil. Als nächstes gegen Bayer 04 Leverkusen. Vierter gegen Fünfter. Tja, also, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, uns nochmal weiter abzusetzen von Bayer 04. Die haben anscheinend unentschieden gespielt. 40 Punkte. Ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Und ja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem bisher Gesehenen. Wir sind jetzt auf dem vierten Platz. Bayer 04 Leverkusen hat Punkte gelassen. So kann das gehen. So kann das laufen. Finde ich gut. Also, in der nächsten Folge dann gegen Bayer 04 Leverkusen. Diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.